Nein, mit neuen Autos fahren ist nicht einfach. Das ist ein Druckschluss. So, kurz mal gucken, was er macht. Aha, ist auch gut. So, wie war das hier nochmal mit den Geschwindigkeiten? An jeder Kreuzung oder Einbindung wird das schön wiederholt. Das ist repeated, ne? After each direction, ne? Priority and new street, new room. 30, new street, new room. Well, that's the systematic from the speed signs. This repeated on each corner. Dieses Geschwindigkeitsschild wird an jeder Kreuzung oder Einbindung wiederholt. Wenn es nicht wiederholt wird, dann gilt die Geschwindigkeit, wo du dich gerade befindest. Innerorts wäre das 50, außerorts wäre das 100. Also, inside CD50 und outside CD100. So, wir fahren jetzt gleich auf die Kraftfahrstrasse drauf. Dankeschön. Folgt mal. Gaut. 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 geradeaus auf die kraftstraße da kommen jetzt weiß